Hallo Freunde und willkommen zurück zu Mittelerde Mordors Schatten. Hier ist irgendwo ein Erdenbrot. Ach, manchmal ist man blind. Aber es hat sich auch ein bisschen getan. Und ich habe ja in der letzten Folge schon angekündigt, besonders wir haben es in den letzten zwei Folgen auch schon versucht und vorbereitet, uns hier dem letzten Hauptmann zu stellen. Und das wollen wir jetzt natürlich machen. So, ich mache mal die Map an. Bababam. Dort ist unsere Mission, dort porten wir uns hin. Wir hatten ja die Hauptmänner ein bisschen dezimiert und einen auf unsere Seite gelockt. Und da unten gibt es Erdenbrot. Wo ist es? Erdenbrot, Erdenbrot, Erdenbrot. Ach, wir stehen drauf. Herausforderung abgeschlossen. Neue Herausforderung. Gwinoyal. Das ist auch ein Name, den spricht man mal so ganz entspannt aus. Bam, 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 bam. Und, komm her. So. Und zwischendlich sind wir auch stärker geworden. Wir haben neue Fähigkeiten freigeschaltet. Falls ihr das nicht gesehen habt, wir können jetzt zwei Todesstöße zum Beispiel hintereinander ausführen. Oh, er ist auch gleich erschienen. Gold, 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 gold. Gut, dann schleichen wir mal dahin. Sehen wir den Schützen? Na, das ist noch nicht richtig. Nein, du bist hier keiner Lager auslösen. Ey. Das Schiff ist noch nicht in die Wand. So, jetzt. Wir machen hier mal ein bisschen Terror jetzt. Und? Nein. Nein. Der ist in den Weg, kein Kampf. Von OBL kommt der Tod. Ich glaube, ich bin nicht. So, da hast du unser Übernommener. Zum Hacker mit diesen Warten. Zuerst bringe ich dich auf. Das war ganz entspannt. Komm, 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 komm. Und freigeben. Alles abgewehrt. Ah, verdammt. Was ist denn hier los? Warum kämpfen wir unsere Freunde hier nicht mit? Mal kurz gucken. Was sind seine Schwächen? Sehen wir das? Wir sehen das, glaube ich, nicht, ne? Ich glaube, wir hatten das noch nicht erforscht. Oder doch? Doch. Er leidet Schaden durch Kampftodesstöße. Er leidet Schaden durch Explosionen. Warum ruckelt das so? Das ruckelt wie verrückt. Jetzt aber. Nein, 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 nein. Endlich ein richtiger Kampf. Verlobender Bastard, ich werde zurückkommen und dich aus dem Grab einsuchen. Nichts ist. Freigehen. Boah, Mann, ich glaub's nicht. Neue Aufträge jetzt verfügbar. Oh, schandhaft. Ziel abgeschlossen, Häuptlinge beherrscht. Entdeckt gibt es nur eine Herangehensweise. Man. Ja, ganz ehrlich, ich fand das gerade schwer. Muss ich mal so gestehen. Ich sammle das mal kurz ein, um Leben zu regenerieren. Und ich bin auch noch ein bisschen... Puh. Boah. Heftig. Aber hat funktioniert. So. Hier oben liegt ein Dolch, kalte Seele und hier unten liegt immer noch was. Rache gelöst durch Stufe 13 und da geht's endlich mit der Herr von Mordor weiter. Deine Streitkräfte erwarten dein Befehl. Die Zeit ist gekommen, einen vernichtenden Schlag gegen die schwarze Hand auszuführen. Mann, Mann, Mann. Das machen wir mal. Das war ja was. So. Ich würd gerne schneller sprinten können. Wir müssen mal irgendwas finden, wo wir rüberhüpfen können. Dann können wir das mal... Äh... Also... Aktivieren, wollte ich sagen. So. Genau. Oh. Ja. Wenn wir hier sind, bevor der hier wieder Alarm schlägt. So. So. Damit wir wieder sprinten können. Wollen wir das beginnen? Ja. Wir wollen das beginnen. Herr vom Mordor. Wir möchten dir danken, dass du uns Hilfe leistest, Kapitän. Ei. Ich hätte nie gedacht, dass meine Schmuggeleien jemals von der Königin so wertgeschätzt werden, Milady. Sie sind hier. Ochs. Das sind üble Zeitgenossen. Aber ich hab schon schlimmere verschifft. Halt die Planke gerade! Hey! Nicht anpassen! Königin Marvin. Es tut gut, euch wohl aufzusehen. Die Boote sind bereit. Die Kapitäne wurden über dein Ziel informiert. Gut. Wie lange werden diese Orks dir gehorchen? Ich schätze, solange ich es will. Ich stehe an eurer Schuld. Wir schulden dir unser Leben, Talion. Setzt diesem Wahnsinn ein Ende. Milady? Die Orks werden überschifft. Sorry, dass das gerade so ruckelt. Ich kann es nicht erklären, woran es liegt. Keine Ahnung. Ich hab nichts geändert oder umgestellt. Oha. 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 Wir sind die mächtigsten Waffen des dunklen Herrschers. Und dieser Schreck dort drüben ist unser größter Feind. Zertrümmert sein Gesicht. Er füllt die Luft mit Urug-Schein und trennt den Boden mit Urug-Flut. Oha. 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 Galt aber gleich kraftig. Oha. Das kannst du mir gleich sagen. Siehste das? Soviel zu Versager. So will noch einer was? Das haben wir mal kurz ein. So, alles klar. Jetzt gucken wir erstmal wo wir hier sind. Wir sind hier in Eret Glamhorf. Gut, dann begeben wir uns natürlich gleich mal weiter. Das ist eine Falle. Die Stille täuscht uns. Welche Art von Marquis ist das? So. Wollen wir mal hier hochkrabbeln? So. Okay, cut sie. Ich habe dich nicht erwartet. Ich hoffe, meine Soldaten hatten dir einen gebührlichen Empfang bereitet. Wo bist du? Zeig dich mir! Dies ist das Land des Turms. Die schwarze Hand ist auf der Suche nach dir. doch ich werde dich mit Freuden höchstens. Doch ich werde dich mit Freuden höchstens. Und ich bringe dich dem dunklen Herrscher unversehrt. Wir knien vor niemanden. Der dunkle Herrscher verzeiht dir, Kelebrimbo. Kehre zurück und verlasse diesen Menschenkörper. Steh auf und kämpfe. Zu welchem Zweck, Waldläufer? Ha. Kelebrimbo ist dein Fluch. Er hat dich erwähnt. Schweig still! Und er kann dich jederzeit verlassen. Ja, das ist alles, was du bist, Waldläufer. Ein Wirt für den Ringmacher. Wie du wünschst. Oh Mann. Wie schön gegen solche Schwäche. Schmerz. Und einen so gebrochenen Verstand und Trügel. Oh Mann, was wir da gerade erfahren haben. Das ist ja... Wir wurden also die ganze Zeit belogen von Celebrimbo. Warum bist du nicht mit uns gesteilt? So, was sollen wir jetzt hier machen? Tritt mir gegenüber. Ich setze eine Schleichaufzehrung gegen den schwarzen Hauptbahn ein. Ich seh so ein bisschen nass aus, jetzt. Schiff plus E, um den schwarzen Hauptbahn aufzuzehren. Ja, da ist er. Da ist er. Nochmal. Ja. Da ist er. Nochmal. Ja. Ja. Du bist schon zu oft im Garten stieg. Ich werde dich wieder und wieder tot lassen, bis du ansiehst, dass du unter der Erde bleiben und nie zu vergehen sollst. Da ist er wieder. Okay, einmal wahrscheinlich noch. Ne, geht zu Loreth. Da ist unsere Frau. Oh nein. Ihr sollt eure Familie nie wiedersehen. Ja, richtig so. Zeig es dem Schwein. Du sagtest, du wären verflucht. Du hast mich verraten. Das war Saurons Werk. Das war allein dein Werk. Ich hätte mit meiner Familie sterben sollen. Ich dachte, du wolltest Vergeltung. Ich verlasse dich gern. Doch es gibt nur einen Weg, den Kreis zu schließen. Was bleibt, ist die schwarze Hand. Nicht mehr lange. Willst du mir bei meiner Wache beistehen? Puh. Ich lasse doch meinen Ehemann nicht allein. Aber wenn du möchtest, kann ich den K-Kost hochrennen und wir rufen uns von Turm zu Turm zu. Bleib bei mir, Liebste. Wir werden uns den Sonnenaufgang ansehen. So, jetzt sind die beiden fertig mit Sprechen. Jetzt kann ich auch wieder. Ja, das war eben leichter als erhofft, muss ich gestehen. Ich habe echt gedacht, hier steht uns jetzt der super Megakampf bevor. Aber wenn man das mal so Revue passieren lässt, sowohl die Orkhorde, die da stand, mit diesem einen Häuptling, als auch eben diese schwarze Hand oder dieser, ja, was war es, Zwischengegner, war leichter als gedacht. Ehrlich gesagt bin ich froh, weil ich hätte jetzt da ungern wieder so eine Vibe-Serie hingelegt. So, und wir sind wieder raus aus diesem Event und haben den Herrscher von Mordor abgeschlossen. Nun steht in Flammen. Wir müssen zurück zu Königin Marvin. Die schwarze Hand war dort. Ich kann es spüren. Die Tariel! Mordor in Flammen ist jetzt verfügbar. Und Mordor in Flammen werden wir uns nächste Folge angucken, denn ich mache hier mal einen kleinen fiesen Cut und wir sehen uns dann. Habt noch einen schönen Tag, ciao, euer Kaiji.